Da ist es! Das Erlösende 1 zu 1! Einfach ein Highlight! Mit links geschnibbelt! Eine Flugkurve Deluxe! Unhaltbar für Jan Sommer! Wir haben uns nach dem Spiel auf dem Feld kurz gesprochen. Ich habe ein bisschen gescherzt. Er war natürlich ein bisschen sauer, dass ich das ausgerechnet gegen ihn so erzielt habe. Aber wir sind gute Freunde. Wir kennen uns schon lange. Sille hat heute endlich mal den starken Fuß benutzt. Mich freut es riesig. Er ist ein Arbeiter. Er hat sich super integriert in die Truppe. Ich glaube, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ich bin natürlich happy über mein Tor. Ich glaube, wir haben uns das 1 zu 1 wirklich verdient. Wir waren vielleicht sogar noch ein bisschen näher am Sieg als Gladbach. Das zeigt, dass wir heute eine gute Leistung abgeliefert haben über große Teile des Spiels. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir besser als der Gegner. Wir wollten mehr fürs Spiel machen, standen höher und wie gesagt, haben uns den Punkt durch diese Halbzeit wirklich verdient. Wir müssen die gute zweite HC mitnehmen, die Intensität und die Spielfreude, die wir da hatten für die nächsten Spiele. Und hier steht es 1 zu 1. Zuhören!